Morgen Kinder, ihr seid auch schon wach? Ja, sind wir, Carolina. Also ich hab euch jetzt die Pferde zurecht gemacht. Und dann wollen wir mal testen, ob ihr schon gut reiten könnt. Und Lisa, für dich hab ich leider keinen passenden Sattel gefunden. Du musst leider mit Decke reiten. Ja, das ist schon okay für mich. Gut. Also dann stellt euch mal alle zu einem Pferden. Ich hoffe, ihr wisst doch, wie sie heißen. Dann helfe ich euch beim Aufsteigen. Und dann gehen wir auf den kleinen Platz. Aber da können immer nur allerhöchstens drei Personen drauf. Eins, zwei, drei. Gut. Versuch sie mal vorsichtig rückwärts zu richten. Indem du die Zügel anziehst. Und dann mal kurz auf den großen Platz. Halt, Amy. Ähm, was denn? Falsche Seite. Oh, okay. So, jetzt sitzt ihr alle auf den Pferden. Ich würde mal sagen, Caroline und Lisa gehen auf den kleinen Platz. Und die anderen bleiben hier erstmal noch ganz kurz stehen. Oder nein, die anderen stellen sich auf den kleinen Platz. Und ich mache das Tor hinter euch zu. Dann kann euch nämlich nichts passieren. Okay? Ja. Okay. Super. Na, komm. So, noch zu machen. Bis zum nächsten Mal.